Der zweite Teil unseres Abendprogramms, meine Damen und Herren, sieht folgendermassen aus. Nach einigen Tagesinformationen durch unsere Tagesschau meldet sich noch einmal die Sport mit Sport in Kürze. Das Spiel der Banken, so lautet die erste Folge einer dreiteiligen Dokumentarreihe, mit der das Fernsehen DRS heute Abend beginnen will. Thema der ganzen Dokumentarreihe sind die Hintergründe und Ursachen der Verschuldungskrise. Übertitel ist «Eine Sache von Leben und Schulden». Ein letztes Nachtbildner folgt heute voraussichtlich um 0.15 Uhr.